Also eine Sache über Essen, ich bin ein Feinschmecker. Feinschmecker? Feinschmecker, ja. Ich liebe es zu essen. Also während Dreharbeiten, ja, da vermeide ich es. Aber wenn ich Pausen mache, dann nehme ich das Essen im Beschlag. Aber ich bin auch tierlieb. Oh, deshalb isst du sie also. Nein, nicht wirklich. Wenn ich einen Vorfall sehe, wenn jemand... Nein, Leute sagen, ich liebe mein Essen. Also liebst du Tiere, deshalb packst du sie in das Essen. Nein. Ich habe oft versucht, zum Beispiel... Okay, ich muss aufhören, Fleisch zu essen. Ich habe das auch probiert. Deshalb habe ich mich für eine Woche oder zehn Tage von Fleisch ferngehalten. Aber sobald ich jemanden sehe, der Fleisch isst, denke ich, okay, ab nächsten Monat. Ich weiß nicht, wie komme ich da heraus? Weil natürlich, auch ich habe zwei Haustiere zu Hause. Und ich weiß nicht. Was sagst du, Sathguru, zu dieser ganzen Sache? Dieses Nicht-Vegetarisch- und Fleisch-Essen. Wann hast du vor, die Haustiere zu essen? Nein. Nein, nein. Die sind wie meine Kinder. Das sagen sie alle. Sogar ich habe Leute gesehen, die sich mit Hühnern sehr nett unterhalten haben. Und nächste Woche essen sie sie auf. Bist du Vegetarier oder Fleischesser? Ich bin ein Humanitarier. Humanitarier! Schau, heute gibt es umfangreiche Dokumentation, die zeigt, dass Pflanzen genauso empfindlich sind wie jedes andere Lebewesen. Also, ob du eine Pflanze isst oder ein Tier oder was auch immer, es ist trotzdem Gewalt. Nur schreien sie nicht. Sie schreien doch, du hörst es einfach nicht. Es gibt genug Beweise, um zu zeigen, dass sie doch schreien. Es wurde so dokumentiert, dass, nehmen wir an, ein Tier kommt, schau, unter den Bäumen, nehmen wir an, es gibt tausend oder zehntausend Bäume hier. Nehmen wir an, ein Elefant kommt und beginnt, die Blätter der Bäume zu fressen. Sofort wird dieser Baum Nachrichten zu allen Artgenossen schicken, dass er gefressen wird, von was auch immer. Ich weiß nicht, ob er einen Elefanten erkennen wird oder nicht, aber er wird auf diese Weise gefressen und innerhalb von Minuten, wenn der Elefant zu den anderen Bäumen geht, werden alle diese Bäume eine bestimmte Menge giftiges Material in ihren Blättern produziert haben. Wenn der Elefant versucht, das zu fressen, wird es bitter schmecken und es ist giftig, also wird er es nicht berühren. Unter ihresgleichen gibt es also so viel Feingefühl. Ob du also eine Frucht pflückst oder ein Gemüse oder ob du ein Tier aufschneidest und isst, alles ist grausam. Es geht nur darum, dass wir es mit etwas Feingefühl machen müssen, nur in einem Maß, das notwendig ist. Du solltest den Gedanken, dass du ein Feinschmecker bist, ablegen. Wir alle essen Nahrung. Wir müssen Nahrung essen. Ansonsten ist es grausam dem hier gegenüber. Aber eine Identität mit der Nahrung zu werden, nicht richtig. Denn das heißt, dass wir uns verwöhnen werden. Wir werden uns nicht nur ernähren. Wir haben ein Recht, uns zu ernähren. Als ein Leben haben wir das Recht, uns zu ernähren. Denn so funktioniert der Nahrungskreislauf in der Welt. Aber wir haben nicht das Recht, mutwillig ein anderes Leben nur zu unserem Vergnügen zu nehmen. Dazu haben wir kein Recht. Wir haben jedes Recht, dieses Leben zu nähern. Aber wir haben kein Recht, Spaß daran zu haben, ein anderes Leben zu nehmen. Bezeichne dich also nicht als Feinschmecker, da Essen niemals die Identität werden darf. Zum Überleben, zur Ernährung werden wir essen, was immer wir essen müssen, in diesem Moment. Ich danke dir. Danke, Satguru. Danke, Satguru.